Was's up yo? Herzlich willkommen bei There You Go! Heute sind wir endlich mal wieder bei einer Balletage. La Post Imperial ist das Motto, der Name der Veranstaltung. Diese Party findet statt in der alten Oberpost Direktion. Ich bin mega gespannt was diese Location ergibt und natürlich noch viel gespannter, wie attraktiv sind diesmal die Mädels, wie cool ist der Sound und was geht allgemein ab. Also kommt mit, habt viel Spaß! Hier geht's richtig ab, ey, Mamma Mia! Wir nähern uns der Tanzfläche, oh my god! Und jetzt wird's heiß! Ich glaub hier bleibe ich, mitten auf der Tanzfläche. Eigentlich bin ich schon ein alter Mann und eigentlich tanze ich nicht mehr so gerne, aber auf der Balletage ist einfach alles anders. Hier wird gefeiert! Bei mir DJ Dilindio. Er wird noch auflegen und wie man sieht, er bereitet sich vor. Mit einem gehörigen Alphan Noble. Ja, so wie sich's von DJ gehört, DJ Dilindio. Was erwartest du heute von dem Abend? Ich glaube es wird einfach ein großartiger Abend. Diese Location ist einfach wunderschön und das Publikum ist, ja, einfach nur verdammt aufregend und ich glaube heute können wir hier wirklich alles abreißen. Balletage, The Finest. Was wirst du heute dazu beitragen, was für einen Sound wirst du spielen? Ja, wie Balletage schon sagt, The Finest Selected House Vibes. Schön pumpend, schön groovig, aber dann nachher auch richtig schön Rakete, ne? Klingt fantastisch, den nehm ich mit und an dieser Stelle viel Spaß! Gute Laune, das ist Balletage! Gute Laune, das ist Balletage! Er legt schon wieder so heißen Sound auf. Ich meine, du bist ja mittlerweile Urgestein der Belle Etage. Wie schaffst du's eigentlich immer wieder, die Leute so zum Beben zu bringen? Naja, das muss ich gar nicht schaffen, der Laden ist automatisch voll und wenn man ein paar Hits anfängt, dass die Ladies starten, dann läuft alles wie von selbst. Stimmt, er hat damit ja gar nichts zu tun. Belletage the finest, auch diesmal haben die Jungs es wieder geschafft, ihrem Namen alle Ehre zu machen. Von der Musik her, ich weiß nicht, wie sie es hinkriegen, das ist jedes Mal unfassbar. Ich meine, nicht nur Elektro, sie spielen auch so ein bisschen Oldschool, sogar teilweise ein bisschen Hip-Hop, R&B, aber es funktioniert, die Leute tanzen, die Leute feiern, die Leute schreien. Daneben natürlich unglaublich schöne Frauen, aber nicht nur das, auch die Männer sind irgendwo wirklich nur Stylefreaks hier. Wir hatten wieder mega Spaß, ich hoffe ihr auch und wir sind bestimmt wieder dabei bei der nächsten Belletage und sagen deshalb, there you go.